äh weiter runter einfach weiter runter nicht bummeln äh wir brauchen nur das Pferd soo hol das Pferd warte ich kann doch auch ein Pferd rufen nicht Prozent Pferd auch der Karte ist glaube ich da oben leck mich doch das soll nicht hier unten sein Pferd Pferd da rennen sie alle um ja das ist mein Bulldozer ja also wohin uah toller Trick will ich auch gern können Herold Typen die nur nerven Pferd was ist das jetzt Pferd 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 Merkart T Gero Morg er hat mich vorher angeguckt wenn ich rauskomme ich immer noch da Pferd dann schlag ich ihm ein rein ich bin gespannt was hier ist sobald es geladen hat weiß ich auch was da ist Pferd 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 an allgemeinen Investitionen wo Pferd ich will nicht investieren ich will spielen Anniuus Steuerungssystem Pferd Pferd nein Steuerungssystem ist ja scheiss egal Ausweichen ach natürlich der wichtigste Tipp konnte ich nicht lesen den Geldschrank der Templer finden ja natürlich aber was ist das hier für ein Gebäude Was ist Kapital Omst? Sei leise Ich werde dich sehr reich machen Ich habe einen Schlüssel auf dem Markt verstanden, für den Torre de la Milizie. Und wie macht mich das reich? Der Mann sagte, es gäbe einen Schatz in der obersten Kammer. Doch die Treppe ist baufällig. Ich brauche deine Hilfe um. Wir sind nicht mehr allein. Also bringst du meinem Weib die Leiter? Ja, das mache ich. Du bist so ein guter Freund der Familie. Ich bin dir eine Belohnung schuldig. Darauf freue ich mich schon sehr, Kapitano. Ach, ich muss die verfolgen. Bleib, 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 bleib da, du Sau. Neuer Status gesucht. Einfach so jetzt. Toll. Wie soll ich da hoch gehen? Ah. Nein, ja, nein. Ich möchte da hoch. Ich muss die verfolgen. Wir sind doch jetzt schon ein Meilen weit weg. Jetzt ist kein Fehler machen. Ich habe kein Bock, hier alles dreimal zu machen. Ist das richtig? Ja auch. Aber da ist kaputt. Ich bin gesucht, man sieht's. Jeder sucht nach mir, weil ich so awesome bin. Ich stehe heute Nacht mit der Leiter bereit. Und, was ist mit meiner Belohnung? Oh, das gibt Rache. Der hat einen Apfel auf mich geworfen. Los, wir halten ihn auf. Oh, ich... Ach, scheiße. Ach, scheiße. Äh, du... Äh. Du, Arschloch, das ist alles deine Schuldung, dein Freund, ihr seid dafür verantwortlich, dass ich... ... kein volles Konvisation kriege. Ja, ich hab' ich dich, du, Böck. Das hält mich nicht auf. Oh, scheiße, er hat einen Besen. Fuck. Weil ich greife irgendwie nicht an, dass es wirklich scheiße ist. Ich möchte eine andere Woche, nämlich das Schwer, das ist ein bisschen besser. Denke ich mal. Ich habe aber keine Zeit für dich und deine, dein Besen. Ich bin Ruhe. Alter. Tja, lass mich in Ruhe, du. Bäh. Bessere Putsch. Wo soll ich hin? Äh. Sau. Hat mir... Hat mir das Tor zugemacht. Warte, ich kann doch? Natürlich kann ich. Ich bin leichter. Mein Guter. Ist das? Ich trinke dir in die Eier, dass du sie schmecken kannst. Ah, scheiße. Ah, scheiße. Das war so. Geh mal weg. Ich hab' keine Zeit für dich. Und deine... ... ... ... ... ... ... ... ... Ich hab' ich dich. Das war ja... really. Na, 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 na. Kann stehen bleiben, ne? Ruhe dich ruhig aus. Ruhe dich aus. Ich will nur ein paar Wöttchen mit dir wechseln. Nach dem Wetterfragen und so. Du Wexer! Ey, willst du mich verarschen? Ja, du denkst, ich bin weg. Ja, aber ich bin nicht weg. Hallo. Ich hab auch einen Namen. Ach, ich muss sprinten. Okay, jetzt muss man dir lassen, du kannst unspringen. Ich bin voll hier unten. Kreise. Jetzt töte ihn doch, du! Nein, ETHIO, was machst du denn? Geht, ich will zum Turm, äh, zum Turm erfüllen. Deine Karte verfügt, das ist mir immer auch egal. Äh, äh, so. Und wo ist dieser, wie gesagt, eine? Ah, umschalt. Und ab geht's nach Turm. Dafür braucht man doch keine Leiter. Was ist das hier? Kaputte Treppe. Kann man da hoch? Wo ist die? Achso. Und jetzt? Äh, ah, weiß nicht, sprich. So, da war's. Ja, genau. Äh, okay. Aber schneller, Ido. Ich hab nicht den ganzen Tag Zeit. Jetzt rüber. Darüber. Boah. Das hängt, hängt, hängt. Hängt. Jetzt. Verschwinde, der Tauben. Das ist mein Schatz. Oder was auch immer da ist. Na ja, wenn der ein und reicher Mann wird, wenn er da so... Mauerlaufabsprung. Ein Mauerlauf, ABDS. Bewegen. Leer drücken. Hä? Wie soll denn? Ich glaub, ich hab's richtig gemacht, aber nicht an der richtigen Stelle. Okay, kein Problem. Es hat ja nicht weh gemacht. Es ist ja nicht so, dass ich es nicht nochmal versuchen kann, aber es ist allerdings so, dass ich nicht unendlich Zeit hab. Also, wo soll ich genau abspringen? Äh. Ähm. Ah. Nicht schlecht. Und. Ah. Ich spring mal runter. Oh. Wenn er da runtergefallen wäre. Soll's da rüber. Ja, genau so. War bis jetzt hier. Weiter. Nicht nach hier. Äh. Es war verdehnt. Es war ihm. Früher nicht da runter. Es war nicht der Sinn der Sache, darunter zu fallen. Das muss ich wegen dir so ne Medizin benutzen. Doch dann hab ich nur eine. Scheiße. Ich brauch Medizin. Und Ezio darf nicht mehr failen. Äh. Äh. Was geht eigentlich ab? Es hängt ja so. Nicht so. Hoch und rechts. Ja. Genau so. Ein bisschen wackelig auf den Beinen, aber sonst ganz gut. Du kriegst von mir einen neuen. 10-Milch-Punkt. Und wenn du es jetzt schaffst, dann... ...ass ich dich. Nein. Äh, ich meine, da mag ich dich, wenn du es schaffst, dann mag ich dich. Und du bist zu dumm dazu, jetzt mich alles nochmal machen. Sauhund. Arschloch. Arschloch blödes. Das dauert doch so lange. Mir bist so scheiße. Na. Ja. Stirbt mir grad weg. Dann bin ich desynchronisiert, aber es ist mir egal. Solange ich nicht alles noch davon machen muss, aber nur den Turm. Scheiß Gammelturm. Ich brauche immer noch keine Leiter dafür. Ich glaube, ich stelle mich hier auch einfach dumm an. Und es ist gar nicht schwer, aber... Dann muss man doch hin, ja, oder? Ja, gut. Okay, und jetzt darüber, ja. So weit war ich ja. Und dann... Dann den Ring. Und dann... So weiter. Und... Ähm... Nee. 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 So sowieso nicht. Oh. Okay. Äh. Okay, Theo. Ich muss ein Wort mit dir reden. Ich hab keine Medizin. Verstehste. Doktor ist auch nicht da. Steck mal Schwert weg. Ich brauch jetzt keine Sau. Achso, schon weggesteckt. Wie oft soll ich denn noch hier hoch gehen? Es. Jo. Mann. Oh, sau. Mach was ich will. Bring dich dauernd runter. Ich weiß ja nicht, ob du es gewusst hast, aber es ist nicht so gesund. Du Arschloch. Jetzt. Nicht aufhören. Spannend. Das wird noch klappen. Ja. 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 Das ist nicht, was ich will. Das ist nicht, was ich will. Ehrlich gesagt, möchte ich, dass du... Wann bist du retarded? Da rechts hinne. Siehst du es nicht? Du hast es verdient. Ich schlaf hier gleich noch ein. Das ist doch langweilig. Das ist doch langweilig.